Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Ja, innerhalb der Folie zum Steuerrecht befassen wir uns heute mit den Verbrauchsteuern, genau gesagt mit dem zweiten Teil. Ein dritter Teil wird auch noch folgen, alleine schon wegen dem Umfang, eventuell sogar ein vierter Teil, wenn ich das nicht alles in den dritten bekomme. Ja, was schauen wir uns jetzt den zweiten Teil an? Die Tabaksteuer und die Kaffeesteuer und bei der Tabaksteuer gehen wir genau auf die Fälligkeit, die Steuerpflicht und Steuerhöhe ein und bei der Kaffeesteuer die Anmeldung und Fälligkeit, Steuerpflicht und Steuerhöhe. Klar, da ist nicht viel Verschiedenes, aber dennoch, das müssen wir natürlich alles betrachten. Fangen wir mit der Tabaksteuer. Alle Zigarren und Zigarillos nach § 1 Absatz 2 Nr. 1 des Tabaksteuergesetzes und auch Zigaretten nach § 1 Absatz 2 Nr. 2 Tabaksteuergesetz sowie Rauchtabak in Form von Feinschnitt- und Pfeifentabak nach § 1 Absatz 2 Nr. 3 Tabaksteuergesetz unterliegen in Deutschland der Tabaksteuer. Raucherzeugnisse, die nicht aus Tabak bestehen, unterliegen ebenfalls der Rauchsteuer, sofern sie denn zum Rauchen geeignet sind. Hier zum Beispiel sind zu nennen die sogenannten Kräuterzigaretten. Kautabak und Schnupftabak sind logischerweise dann nicht steuerbar, da sie in Tabaksteuergesetz nicht definiert sind und damit entfällt natürlich auch auf diese keine Tabaksteuer. Die Tabaksteuer entsteht, sobald Raucherzeugnisse in den freien Verkehr, also in den freien Handel oder an den Endverbraucher gelangen. Das können wir nachlesen in § 15 Absatz 1 und 2 Nr. 21 Nr. 1 Tabaksteuergesetz. Steuerschuldner ist, wer die Tabakwaren in den freien Verkehr einbringt. Das finden wir in den § 15 Absatz 4 Nr. 21 Nr. 2 Tabaksteuergesetz. Wobei wir unterscheiden müssen, einerseits kann man natürlich durch das in Verkehr bringen quasi zum Steuerschuldner werden. Allerdings kann auch der Empfänger Steuerschuldner sein, wenn er denn diese weiterverkauft, sprich zum Beispiel eine Tankstelle. Die Fälligkeit ist definiert im § 18 Tabaksteuergesetz und der Zeitpunkt der Fälligkeit ist von Art und dem Zeitpunkt des in Verkehr bringen abhängig. Und hier bietet sich natürlich wieder ein Schema an, als allererstes müssen wir prüfen, ob das Raucherzeugnis unrechtmäßig entnommen wurde. Falls ja, greift der § 18 Absatz 2 Tabaksteuergesetz und die Tabaksteuer ist sofort fällig. Falls nein, müssen wir prüfen, wann wurde das Raucherzeugnis bezogen. War es bis zum 15. eines Monats, dann müssen wir schauen, ob es sich um Zigarren oder Zigarettos handelte. Falls ja, dann sind wir in § 18 Absatz 1 Nr. 1a Tabaksteuergesetz und dies ist dann am 10. des übernächsten Monats fällig. Ansonsten greift § 18 Absatz 1 Nr. 1b und das ist dann der 12. des nächsten Monats. Wurden die Raucherzeugnisse hingegen nach dem 15. eines Monats bezogen? Auch hier prüfen wir wieder, sind es Zigarren oder Zigarillos? Falls ja, greift § 18 Absatz 1 Nr. 2a. Dann sind diese nämlich am 25. Tag des übernächsten Monats fällig. Andernfalls ist die Tabaksteuer am 27. des nächsten Monats fällig. Das ist zu finden in § 18 Absatz 1 Nr. 2b. Wir haben also quasi zwei Grenzen, die wir in dem Moment betrachten müssen. Vor oder nach dem 15 und Zigarren und Zigarillos oder irgendwas anderes, was der Tabaksteuer unterliegt. Ja, die Steuerpflicht, die ist ein bisschen komplex. Wir müssen damit anfangen, uns zu überlegen, wer Empfänger der Raucherzeugnisse ist. Sind das die ausländischen Truppen samt Gefolge, landen wir in § 9 Absatz 1 Nr. 1 Tabaksteuergesetz. Hier ist die Steuer ausgesetzt und fällt nicht an. Das heißt, ausgesetzt bedeutet in dem Fall, sie ist witzigerweise definiert und damit theoretisch steuerbar. Und da das dann kein Befreiungsgrund ist, auch theoretisch steuerpflichtig. Aber dieser Paragraf ist, oder die Steuer ist nach dem Paragrafen ausgesetzt. Das heißt, kann jederzeit geändert werden, das Gesetz, und hier diese Aussetzungsrichtlinie außer Kraft gesetzt werden. Ähnlich ist das für internationales Militär, denn Hauptquartier in Deutschland gilt § 9 Absatz 1 Nr. 2. Auch hier ist die Steuer ausgesetzt. Auch Stellen der USA in Deutschland, die müssen keine Tabaksteuer entrichten, weil auch hier die Steueraussetzung ist, hier in dem Fall Nr. 3. Ebenso die diplomatische Missionen und konsulantische Vertretungen, da greift die Nr. 4 des selben Paragrafen. Nr. 5 des selben Paragrafen ist angelegt worden für nationale Einrichtungen laut Verträgen. Tja, da müsste man natürlich jetzt alle Verträge prüfen, das ist immer ein bisschen schwer. Da fällt mir auch spontan kein Beispiel ein, muss ich gestehen. Aber auch hier ist die Steuer ausgesetzt und fällt nicht an. Für alles andere müssen wir zum zweiten Teil gehen und prüfen, ob es sich lediglich um Beförderung handelt. Falls dem so ist, greifen die § 10 bis 13 Tabaksteuergesetzes und auch hier ist die Steueraussetzung und fällt damit nicht an. Ist es keine Beförderung, dann müssen wir schauen, wofür die Raucherzeugen jetzt verwendet werden. Ist es für amtliche Untersuchung, dann greift § 30 Absatz 1 Nr. 1a Tabaksteuergesetz und die Sachen sind tabaksteuerfrei. Werden sie verwendet zum Prüfen in einem Steuerlager, dann greift hier § 30 Absatz 1 Nr. 1b, das ist auch steuerfrei. Ebenso steuerfrei nach § 30 Absatz 1 Nr. 1f ist die Verwendung für wissenschaftliche Versuche. Alles andere schauen wir uns jetzt in Teil 3 an. Denn wir prüfen jetzt, ob die Rauchwaren nur als Ansichtsmuster dienen, also nicht wirklich zum Verkauf oder so geeignet sind, das heißt gedacht sind, geeignet werden sie schon gedacht sind, sondern nur, ich nenne es jetzt mal Proben, ja. Ist das der Fall, dann greift § 30 Absatz 1 Nr. 1c Tabaksteuergesetz und ist steuerfrei. Anderfalls müssen wir schauen, ob sie unserer Steueraufsicht vernichtet werden. Ist dem so, ist das steuerfrei nach § 30 Absatz 1 Nr. 1d Tabaksteuergesetz. Ist dem so, prüfen wir weiter und zwar, ob sie für gewerbsche Zwecke außer zur Herstellung von Tabak waren und dem Verbrauch verwendet werden. Ist dem so, dann greift § 30 Absatz 1 Nr. 1c und es ist steuerfrei. Andernfalls prüfen wir weiter in Teil 4 und stellen uns die Frage, werden sie in Steuerlagern zur Herstellung von Erzeugnis verwendet, die nicht der Tabaksteuer unterliegen? Falls ja, greift § 30 Absatz 1 Nr. 1c und es ist steuerfrei. Falls nicht, können wir zumindest schauen, ob sie für den Eigenbedarf verwendet werden. Wenn dem so ist, dann ist das steuerfrei nach § 30 Absatz 1 Nr. 2-3 Tabaksteuergesetz. Falls nicht, müssen wir schauen. Handelt es sich denn um Rauchwaren eines Herstellers, die an seinen Angestellten unentgeltlich überlässt. Falls ja, ist das steuerfrei nach § 30 Absatz 3. Falls nein, haben wir alle möglichen Befreiungsgründe bzw. Aussetzungsgründe ausgeschöpft und es muss steuerpflichtig sein nach § 1 Absatz 1 Tabaksteuergesetz. Gut. Haben wir das geklärt, kommt natürlich als nächstes die Steuerhöhe. Die finden wir definiert in § 2 des Tabaksteuergesetzes und hier muss der reguläre Steuersatz und der mindesteuersatz errechnet werden und dann schaut mal, welcher von beiden höher ist und den wählt man. Das ist also ein relativ komplexes Verbrauchsverfahren, werdet ihr auch gleich sehen. Wichtig ist zur Begriffsdefinition der Kleinverbrauchspreis, kurz KVP. Das ist ein Preis, der vom Hersteller festgelegt wird und auf das entsprechende Erzeugnis abgedruckt wird und festlegt, zu welchem Preis diese Ware überhaupt verkauft werden darf. Sprich, der Hersteller legt auch fest, wie teuer darf das Diener überhaupt sein. Der darf auch nicht unterschritten werden, das finden wir in § 26. Es sei denn, es gilt eine Sonderregelung zu finden in § 27 und auch ein Überschreiten ist nicht zulässig nach § 28. Das heißt, drüber niemals, drunter nur mit ausnähern. Für die Steuerberechnung ist wichtig zu wissen, wie die Gesamtsteuerbelastung, die habe ich mal hier kurz mit GSTB abgekürzt, des durchschnittlichen KVP ist und dies wird jahrisch im Bundesanzeiger veröffentlicht und beträgt für 2019 für eine Zigarette 0,2912755. Der GST pro Zigarette ist damit 0,20787 Euro und der durchschnittliche Kleinverbrauchspreis pro Kilogramm Feinschnitt sind 145,6532 Cent und die Gesamtsteuerbelastung pro Kilogramm ist damit 95,04 Euro. Bitte beim Rechnen wirklich all diese Kommastellen mitnehmen, das kann nämlich ab gewissen Mengen schon einen großen Unterschied dann machen. Gut, schauen wir uns das jetzt mal in der Übersicht an. Nehmen wir mal als Rauchware beginnt die Zigaretten, hier in dem Fall pro Stück berechnet. Da findet sich der reguläre Steuersatz und dessen Rechnung in § 2 Absatz 1 Nr. 1a Tabaksteuergesetz und ist definiert mit 0,0982 Cent plus 21,69% des KVP. Der Mindeststeuersatz ist zu finden in Absatz 2. Hier rechnet man GSTB als die Gesamtsteuerbelastung minus den KVP, den Kleinverkaufspreis, mal 90% durch 190%. Man rechnet ihn quasi netto, wenn man so möchte. Und ja, setzen wir ein, was wir oben kennen, dann verbleibt 0,20787 Euro minus den KVP mal 19% durch 119%. Zumindest für 19, deswegen habe ich hier die Formel aufschrieben. In anderen Jahren kann das anders sein, weil ja GSTB, also die Gesamtsteuerbelastung, die variiert von Jahr zu Jahr. Bei Zigarren, beziehungsweise Zigarillos pro Stück, findet sich der reguläre Steuersatz definiert in § 2 Absatz 1 Nr. 2a mit 0,014 Euro plus 1,47% mal KVP. Der Mindeststeuersatz ist zu finden in § 2 Absatz 1 Nr. 2a Tabaksteuergesetz und beträgt 0,0576 Euro mal 90% durch 190%. Was ich ein bisschen erstaunlich finde, weil quasi so Zigarren und Zigarillos enthalten ja theoretisch mehr Tabak, wir reden ja hier pro Stück. Aber die Steuerbelastung ist deutlich niedriger. Also aus steuerlicher Sicht müsste man sagen, um Tabaksteuer zu sparen, müsste man eher befehlen, Zigarren und Zigarillos als Zigaretten zu konsumieren. Ist natürlich jetzt vielleicht nicht der sinnvollste Grund, aber eigentlich mal eine Überlegung auch im Bereich, wer konsumiert was. Und ich sage es jetzt mal ganz hart, Zigaretten sind ja wohl dann eher den ärmeren Schichten und Zigarren und Zigarillos eher den höheren Schichten zuzuordnen. Und ja, das erweckt so ein bisschen den Eindruck, dass Höherverdiener hier das Gesetz ein bisschen zu ihren Gunsten beeinflusst haben, als das mal geschrieben wurde. Aber das ist noch eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch begründen und sagen, ja Moment, Zigaretten werden deutlich mehr konsumiert als Zigarren und Zigarillos. Da die Tabaksteuer möglichst hoch anzusetzen, bedeutet natürlich andererseits automatisch mehr Steuereinnahmen. Allerdings auch eine höhere Steuerungsfunktion zu sagen, hier wird weniger verbraucht. Aber okay, das nur by the way. Was noch fehlt, ist Feinschnitt. Das wird Gleichschnitt pro Kilogramm. Der reguläre Steuersatz definiert in § 2 Absatz 1 Nummer 3a mit 48,49 Euro plus 14,76 Prozent des Kleinverkaufspreises. Beim Mindeststeuersatz landen wir in § 2 Absatz 3 Tabaksteuergesetz. Hier rechnen wir die Gesamtsteuerbelastung minus den Kleinverkaufspreis mal 19 Prozent durch 190 Prozent. Ich werde aber jetzt nebenbei die Abkürzung verwenden sprachlich. Das ist nämlich etwas anstrengend, stelle ich gerade fest. Damit landen wir bei 95,04 Euro minus KVP mal 19 Prozent durch 190 Prozent. Last but not least haben wir den Pfeifentabak, der auch pro Kilogramm berechnet wird. Der reguläre Steuersatz findet sich in § 2 Absatz 1 Nummer 4a mit 15,66 Euro plus 13,13 Prozent mal KVP. Der Mindeststeuersatz ist definiert in § 2 Absatz 1 Nummer 4a mit einfach 22 Euro, ohne groß zu rechnen. Machen wir eine kleine Ad-Hoc-Übung dazu, damit ihr seht, wie man sowas macht. Aufgabe ist, prüfe, ob im folgenden Fall ein Tabaksteuer anfällt und wenn ja, in welcher höher. Ich habe mir zwei Beispiele ausgedacht, die schauen wir uns auch gleich näher an. A ist, an eine diplomatische Mission werden 3000 Stück Zigaretten zu einem Preis von 500 Euro verkauft. Gut, wir prüfen die Steuersatz. Steuerpflicht. Hier greift § 9 Absatz 1 Nummer 4. Die Steuers ausgesetzt ist eine diplomatische Mission von einem anderen Land. Damit haben wir diesen Aussetzungstatbestand. Der ganze andere Rest interessiert uns nicht. Die Tabaksteuer können wir entsprechend mit 0 Euro angeben. Bei B müssen wir ein bisschen was rechnen. Das ist, dass an einem Kiosk zum Weiterverkauf 5000 Stück Zigaretten zu einem Preis von 1500 Euro verkauft werden. Das ist steuerpflichtig im Sinne des § 1 Absatz 1 Tabaksteuergesetz. Es gibt nämlich keine Befreiungstatbestände. Und zur Rechnung nehmen wir den § 2 Absatz 1 Nummer 1a und berechnen 0,0982 Euro pro Zigarette mal 5000 Zigaretten oder Stück plus 21,69% des Kleinverkaufspreises. Hier gerechnet also mit mal 1500 Euro. Das ergibt 491 Euro plus 325,35 Euro. Macht Tabaksteuer in Höhe von 816,35 Euro. Ja, der Mindeststeuersatz ist definiert § 2 Absatz 2. Hier rechnen wir 0,20787 Euro pro Stück mal 5000 Stück minus 1500 Euro mal 90% durch 190% ist gleich 1039,35 Euro minus 239,35 Euro. Macht 799,85 Euro. Wir wählen hier das höhere, das sind die 816,35 Euro. Das ist die Tabaksteuer, die wir hier für 5000 Stück Zigaretten zu entrichten haben. Man sieht also, die Tabaksteuer macht schon einen ganz schön großen Anteil des Verkaufspreises aus. Gut, das war mein Teil, euer Teil zum Thema Tabaksteuer ist, quasi dasselbe nochmal zu machen. Also zu prüfen, ob hier Tabaksteuer anfällt und wenn ja, an welcher Höhe. Hab mir hier vier Beispiele ausgedacht. Und ja, ich würde wie immer vorschlagen, ihr pausiert das Video an der Stelle, nehmt euch Stift und Papier oder irgendein anderes Medium zur Hand und versucht euch mal in der Lösung der Aufgaben, gerne auch natürlich mit den Folien, die ich euch präsentiert habe. Ansonsten aus dem Kopf wird das wahrscheinlich ein bisschen schwer. Ich bringe dir weiter zur Lösung und ja, dann vergleichen wir. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg, bis gleich. Okay, kommen wir zur Lösung. Für Fall A, das war eine Tonne Tabakfeinschnitt mit einem KVP von 150.000 Euro, werden vom Tabakprozenten A aus München in ein Warenlager in Berlin transportiert. Wir prüfen die Steuerpflicht und stellen fest, Moment, hier haben wir doch einen reinen Transport. Damit greifen noch die Paragrafen 10 bis 13 des Tabaksteuergesetzes und die Steuers ausgesetzt. Wir müssen nichts berechnen und die Tabaksteuer ist damit automatisch gleich null. B war ein bisschen mehr Arbeit. Hier war der Fall, dass eine Tankstelle zum Weiterverkauf 2000 Stück Zigaretten zu einem Preis von 650 Euro verkauft. Hier prüfen wir die Steuerpflicht und es ist ein ganz normaler Verkauf. Es greift Paragraf 1 Absatz 1, es ist steuerpflichtig. Und müssen jetzt prüfen, welcher der Steuersatz denn der höhere ist, den wir dann wählen. Der reguläre Steuersatz nach Paragraf 2 Absatz 1 Nummer 1a berechnet sich mit 0,0982 Euro pro Stück mal 2.000 Stück plus 21,69% mal 650 Euro. Denn das sind 196,40 Euro plus 140,99 Euro macht insgesamt Tabaksteuer von 337,39 Euro, wenn man den regulären Steuersatz unterstellt. Beim Mindeststeuersatz müssen wir nach Paragraf 2 Absatz 2 Tabaksteuerersatz rechnen. Das sind dann 0,20787 Euro pro Stück mal 2.000 Stück minus 650 Euro mal 90% durch 190%. Das ergibt 415,74 Euro minus 103,78 Euro macht 311,96 Euro beim Mindeststeuersatz. Wir wählen den höheren, hier in dem Fall den regulären Steuersatz. Das sind 337,39 Euro. In jedem praxisrelevanten Beispiel für 2019 müsste bei Zigaretten eigentlich der reguläre Steuersatz immer höher den Mindeststeuersatz sein. Gut. C. An einer Universität werden zu wissenschaftlichen Versuchszwecken 5 kg Feinschnitttabak zu einem Preis von 700 Euro geliefert. Ja, hier landen wir passenderweise in Paragraf 30 Absatz 1 Nummer 1f. Es ist steuerfrei, denn es ist für wissenschaftliche Versuchszwecke und das ist ein Steuerbefreiungstatbestand für die Tabaksteuer, womit keine anfällt. Punkt. D. Eine Einzelhandelskette erwirbt von einem Tabakhersteller 1.000 Zigarren zum Preis von 8.000 Euro zum Weiterverkauf. Steuerpflichtig ist das, weil kein Befreiungsmerkmal greift. Wir landen also in Paragrafen 1 Absatz 1. Der reguläre Steuersatz für Zigarren finden wir in Paragrafen 2 Absatz 1 Nummer 2a Tabaksteuergesetz und berechnet sich mit 0,014 Euro pro Stück mal 1.000 Stück plus 1,47 Prozent mal 8.000 Euro. Das ergibt 14 Euro plus 117,60 Euro macht 131,60 Euro für den regulären Steuersatz. Der Mindeststeuersatz ist für in Paragrafen 2 Absatz 1 Nummer 2a Tabaksteuergesetz, wird berechnet mit 0,0576 Euro pro Stück mal 1.000 Stück minus 8.000 Euro mal 90 Prozent durch 190 Prozent. Das ergibt 57,60 Euro minus 1.277,31 Euro macht minus 1.219,71 Euro. Aha, negativ, dazu habe ich natürlich eine kleine Bemerkung gemacht, das ergibt ja keinen Sinn, negative Steuern, man kriegt ja kein Geld wieder. Das liegt daran, dass für Zigarren und Zigarillos der Mindeststeuersatz erst 0 Euro überschreitet, wenn der KVP kleiner gleich 36 Cent pro Stück ist. Und bei Zigarren tritt das normalerweise nicht ein, wenn man sich mal so die normalen Verkaufspreise anschaut. Man findet normalerweise keine Zigarren für so einen Preis von 36 Cent oder weniger. Um das mal mathematisch nur kurz zu beweisen, habe ich eine kleine Rechnung gemacht und die Formel umgestellt. Wir haben dann 0,0576 Euro ist gleich KVP mal 0,19 durch 1,19. Wir stellen die Formel um, haben dann KVP ist 0,0576 Euro mal 1,19 durch 0,19. Das ergibt 0,361 Euro, also rund 36 Cent. Daher können wir jetzt sagen, in der Realität wird der reguläre Steuersatz immer derjenige sein, der anzuwenden ist. Tun wir hier in dem Fall auch und landen bei 131,60 Euro. Gut, kommen wir damit zu zweitens, der Kaffeesteuer. Unseren zweiten großen Read für die heutige Vorlesung. Ja, der Kaffeesteuer unterliegen grundsätzlich erstmal Röstkaffee und Löstlicher Kaffee. Das findet man alles in den Paragrafen 1, Absatz 1 bis 4 des Kaffeesteuergesetzes. Allerdings auch alle Erzeugnisse, die mehr als 1% Massenanteil Kaffee enthalten, das sind dann die sogenannten kaffeehaltigen Erzeugnisse, das finden wir in Paragrafen 1, Absatz 1 und 5 Kaffeesteuergesetz. Wichtig für die Leute, die kein Chemie oder so studiert haben, mal kurz erklärt, Massenanteil. Man muss hier wirklich die Masse beachten, sprich habe ich 1 Kilogramm Pulver, das sage ich mal, dann müssen mindestens 10 Gramm Kaffee sein. Das lässt sich jetzt nicht auf dem Volumen ummünzen. Beispiel, wir hätten ein kaffeehaltiges Getränk von einem Liter. Dann können wir nicht sagen, ja Liter, ein Prozent sind 10 Milliliter, also wenn da 10 Milliliter Kaffee drin sind, dann ist das überschritten. Nein, stopp, das zählt nicht. Das wäre ja kein Massenanteil, sondern ein sogenannter Volumenanteil. Hier müsste man tatsächlich hergehen, beziehungsweise der Hersteller wird das irgendwo seine Angaben hoffentlich dann haben, und berechnen, wie viel ist denn die Masse des inhaltlichen Kaffees und wie hoch ist die Masse der Flüssigkeit, sprich das Volumen über die Dichte zur Masse überrechnen und dann den Kaffeeanteil. Aber das nur by the way, für die Vorlesung brauchen wir es nicht. Wir unterstellen, dass der Händler uns die entsprechenden Angaben gibt. Machen wir keinen Chemie, das haben wir in einer anderen Vorlesungsreihe. Wir machen hier Steuerrecht, Punkt. So, das war mal eine Ansage. Weiter machen wir also auch einen Text und können sagen, die Kaffeesteuer entsteht soweit Kaffee- oder kaffeehaltige Erzeugnisse, und jetzt kommt eine kleine Aufzählung. Steuerschuldner ist, wer Kaffee, das heißt kaffeehaltige Waren, in den freien Verkehr einbringt, das steht ebenfalls in § 11 Abs. 1 bis 3 Kaffee-Steuergesetz, oder einführt nach § 15 Kaffee-Steuergesetz und § 17 Abs. 1 bis 2 Kaffee-Steuergesetz. Damit kommen wir schon zum Thema Anmeldung und Fälligkeit. Und wir müssen zuerst prüfen, von nun wo aus wird der Kaffee, beziehungsweise das Kaffee-Erzeugnis, in den freien Verkehr gebracht? Ist Deutschland der Ort, dann greift § 12 Abs. 1 Satz 1 Kaffee-Steuergesetz. Dann ist die Anmeldung am 10. Tag nach dem Monat der Entstehung. Es greift zudem der Satz 2 auch noch. Die Fälligkeit ist nämlich dann am 20. Tag nach dem Monat der Entstehung. Sprich, zwischen Meldung und Zahlung sind 10 Tage Zeit. Wird er aus seinen EU-Ländenverkehr gebracht? Dann greift § 17 Abs. 5 Satz 1. Die Anmeldung muss unverzüglich geschehen. Sprich, man führt ihn aus der EU ein, das ist so die Regel. Und es greift auch noch der Satz 2. Die Fälligkeit ist ebenfalls am 20. Tag nach dem Monat der Entstehung. Dann haben wir natürlich das Drittland. Das hier lässt sich nicht genau so schön trennen. Aber hier muss man § 15 Abs. 3 Kaffee-Steuergesetz erwähnen, der leider nicht einschlägig ist, denn er tut auf die Artikel 220 Abs. 2b und 230 des Zollkodex verweisen. Und man könnte jetzt die Nachschlagen der Zollkodex, das ist ein sehr, sehr komplexes Ding. Sagen wir mal ganz einfach grundsätzlich erstmal mit der Einfuhr. Das ist für den Hausgebrauch das, was passt. Das lässt sich merken. Für die Steuerbefreiung müssen wir dann nochmal ein bisschen auf den Zollkodex und ein paar Regelungen zurückgreifen. Aber für den Hausgebrauch reicht das jetzt erstmal. Gut. Damit kommen wir auch schon zur angedrohten Steuerpflicht. Und auch hier prüfen wir zuerst wieder, wer ist der Empfänger des Kaffees, beziehungsweise des Kaffee-Erzeugnisses. Und ihr seht, das geht mit dem Tabaksteuergesetz quasi Hand in Hand. Denn auch hier haben wir die Ausländischen Truppen samt Gefolge. Im Kaffee-Steuergesetz ist nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 hier eine Aussetzung der Steuer vorgesehen. Die fällt alles nicht an. Ebenfalls sind auch hier die internationalen militärischen Hauptquartiere in Deutschland ausgenommen. Geregelt in § 8 Abs. 1 Nr. 2 Kaffee-Steuergesetz. Die Stellen der USA in Deutschland sind genauso von der Tabaksteuer und auch von der Kaffee-Steuer befreit. Geregelt in Nr. 3. Auch die diplomatischen Missionen sind nicht vergessen worden. Stehende in Nr. 4. Und auch die internationalen Einrichtungen auf Verträgen sind auch nach Nr. 5 befreit. Sprich, wir können das werden für Kaffee-Steuer und für die Tabaksteuer. Und diese Aussetzungsmerkmale sind hier, diese 5 Gründe nenne ich es mal, identisch. Für alles andere im Kaffee-Steuergesetz schauen wir uns Teil 2 an und prüfen, ob es lediglich Beförderung ist. Ist dem so, greift § 9 und die Steuer ist auch ausgesetzt. Auch das kennen wir, wenn auch mit dem anderen Paragraf anderen Gesetz von der Tabaksteuer. Ist dem nicht so, müssen wir schauen, ist der Werber eine Privatperson. Falls nein, schauen wir uns Teil 3 an. Falls ja, gehen wir zu Teil 4. Natürlich gehen wir erst mal zu Teil 3. Unterstellen der Erwerber ist keine Privatperson. Dann müssen wir schauen, wofür der Kaffee, das heißt, das Erzeugnis verwendet wird. Sinnensamtliche Untersuchungen greift § 20 Absatz 1 Nr. 2 und ist es steuerfrei. Geht ähnlich wie die wissenschaftlichen Versuche bei der Tabaksteuer. Zwar Proben von Maschinen, das ist ganz neu. Das kam vorhin noch nicht, das § 20 Absatz 1 Nr. 3. Dann ist es auch steuerfrei. Könnte man aber eigentlich so quasi mit Probezwecke bei der Abgabe von Tabaksachen sehen, aber okay. Vernichtung unter Aufsicht, ja, das ist auch ein Tatbestand, den wir schon in der Tabaksteuer hatten. Hier geregelt § 20 Absatz 1 Nr. 1, dann ist es auch steuerfrei. Das ist was ganz anderes, Rohkaffee zur Qualitätsüberprüfung. Das finden wir in § 20 Absatz 1 Nr. 4, das ist dann auch steuerfrei. Alle anderen Sachverhalte sind nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Kaffeesteuergesetz steuerpflichtig, wenn es denn nicht um Privatpersonen geht. Bei Privatpersonen, hier Teil 4, müssen wir uns noch mal ein paar Gedanken machen und als erste Frage muss gestellt werden, sind die denn, die Kaffeeerzeugnisse oder der Kaffee zum Eigenverbrauch hergestellt worden? Falls ja, greift § 20 Absatz 1 Nr. 5 Kaffeesteuersatz und es ist steuerfrei. Falls nein, müssen wir schauen, woher kam denn bitte der Kaffee oder das Kaffeeerzeugnis? Kam es aus Deutschland, dann greift hier § 1 Absatz 1 Satz 1 und es ist steuerpflichtig. Beim Drittland ist es erstmal grundsätzlich nach § 16 Absatz 1 steuerfrei, wenn die Grenzen innerhalb der Zollvorgaben, sprich vom Zollkodex, eingehalten sind. Das war der Punkt, wo ich sagte, wir kommen da noch mal drauf. Diese Grenzen sind bei See- und Flugreise 430 Euro pro Person, bei anderen 300 Euro Person und Kinder bis 15 Jahre 150 Euro pro Person. Sprich, fährt man jetzt, keine Ahnung, mit einem Auto in die Schweiz, kauft dort Kaffee im Wert von 300 Euro, umgerechnet hier dann in Deutschland, und ist man eine Person, da ist alles okay. Erst wenn man drüber kommt, dann wird es komplett steuerpflichtig, ansonsten steuerfrei. Beim EU-Land müssen wir weiterprüfen, hat man den Kaffee denn selbst eingeführt, also die Privatperson den Kaffee selbst eingeführt. Falls ja, ist das steuerfrei, nach § 16 Absatz 1. Falls nein, gilt § 1 Absatz 1 Satz 1 und es ist steuerpflichtig. Bayern unterstellt quasi, derjenige, die das eingeführt hat, der hat das mehr oder weniger steuerfrei wahrscheinlich gemacht in der EU und technisch gesehen einen anderen weitergegeben. Gut, das war die Steuerpflicht, kommen wir zur Steuerhöhe. Hier müssen wir schauen, um was es sich handelt. Haben wir Röstkaffee, dann greift der § 2 Absatz 1 Satz 1 Kaffee-Steuergesetz und wir zahlen 2,19 Euro pro Kilogramm Kaffee-Steuer. Bei löstlichen Kaffee zu finden in § 2 Absatz 1 Satz 1 ebenfalls, sind es 4,78 Euro pro Kilogramm. Es gibt natürlich hier auch eine Sonderregelung, und zwar in der Realität tritt natürlich auf, dass wir Mischverhältnisse haben. Das ist geregelt in Satz 2. Und da steht, werden Röstkaffee und Löscherkaffee gemischt. So muss die Menge der jeweiligen Kaffeearten errechnet und entsprechend der urbigen Sätze versteuert werden. Man schaut dann also, okay, wie viel Kilogramm sind da enthalten da und wie viel Kilogramm davon sind dort enthalten. Und dann hat man sein Kilogramm, auf die man die jeweiligen Steuersätze hochrechnet. Kaffeehaltige Waren, das schauen wir uns Teil 2 an. Da brauche ich mehr Platz, denn da sind einige Vorschriften. Ist an sich eine Tabelle, lässt sich darin gut darstellen. Bei kaffeehaltigen Waren beträgt die Kaffeesteuer für enthaltenen Röstkaffee. Wir müssen auch hier unterscheiden. Nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 Kaffeesteuergesetz. Wenn der Anteil 1 bis 10 Massenprozent ist, 12 Cent pro Kilogramm der Ware. Wogemarkt der Ware? Aber ich muss nur sagen, im Moment, keine Ahnung, da sind 100 Kilogramm, enthält 10 Prozent, sind 10 Kilogramm. Oh ja, 10 Kilogramm mal 12 Cent pro Kilogramm. Äh, äh, nein, der Ware. Die Ware ist 100 Kilogramm mal 12 Cent. Ergibt dann halt entsprechend die Kaffeesteuer. Gut. Nummer 2, wenn der Anteil 10 bis 30 Prozent ist, sind wir schon bei 43 Cent pro Kilogramm. Nummer 3 regelt, wenn es 30 bis 50 Prozent sind, sind dann 86 Cent pro Kilogramm. Nummer 4 ist für 50 bis 70 Prozent. Ihr merkt, das ist ein System. Immer in 20er Schritten sind 1,32 Euro pro Kilogramm. Und bei 70 bis 90 Prozent 1,76 Euro pro Kilogramm. So, gleiche Tabelle, aber mit anderen Werten, gibt es für den löstlichen Kaffee. Regelt dann ab Nummer 6. Bei 1 bis 10 Prozent Anteil, Massenanteil durchser Kaffee, ist die Kaffeesteuer 26 Cent pro Kilogramm der Ware. Bei 10 bis 30 Prozent, 94 Cent pro Kilogramm der Ware. 30 bis 50 Prozent, 1,91 Euro pro Kilogramm der Ware. 50 bis 70 Prozent, 2,86 Euro pro Kilogramm der Ware. Und haben wir einen Anteil von 70 bis 90 Prozent, 3,83 Euro pro Kilogramm der Ware. Ja, jemand, der aufgepasst hat, stellt fest, wir haben hier zwei Definitionslücken. Moment, was ist mit kleiner 1 Prozent, sprich 0 bis 1 Prozent und mit über 90 bis 100 Prozent? Die erste Frage kann ich mit Gewissheit beantworten. Bei kleiner 1 Prozent sagt man, dieser Anteil ist so gering, das löst keine Kaffeesteuer aus. Also hat man weniger als 1 Prozent Kaffeenteil, wird es so behandelt, dass es da gar kein Kaffee drin steuerlich ist. Das ist einfach. Schwerer ist folgendes. Was ist mit dem Anteil größer 90 Prozent? Habe ich jetzt leider keine einheitliche, rechtsklare Auskunft gefunden. Daher ist das eher meine Meinung, sowohl theologische Auslegung des Gesetzes als auch logische Überlegung. Wenn das mehr als 90 Prozent Anteil Kaffee hat, dann sehe ich das als Chemiker so und auch als derjenige, der, wenn ich das Gesetz entworfen hätte, sagen muss, Moment, wir haben hier keine Ware, die einen Anteil Kaffee hat, sondern wir haben hier einen Anteil Kaffee, der, äh, wir haben Kaffee, der Anteil von anderen Ware hat zu einem geringen Prozentsatz und ich würde das dann komplett als Kaffee versteuern. Vermutlich ist das so, also wenn wir sagen, wir haben 95 Prozent Kaffeeanteil von löstlichen Kaffee, vermute ich mal sehr, sehr stark, dass die gesamte Ware als, äh, ja quasi zu 100 Prozent löstlicher Kaffee besteuert wird. Aber wie gesagt, da habe ich keine rechtsverbindliche Auskunft, das ist eher logische Überlegung, Meinung und Auslegung von mir. Habe ich deswegen auch in keiner der Übung hier mit reingenommen. Wo wir dann das Thema Übung ansprechen, perfekte Überleitung, ähm, ja, ich habe mal wieder eine Übung erstellt, die läuft parallel genauso ab wie, ähm, die Übung bei, gerade der Tabaksteuer, wieder mal prüfen, ob hier Kaffeesteuer überhaupt anfällt und in ihren Jahren welche höher. Ich mache das erst wieder ad hoc an zwei Beispielen für euch. A ist eine Privatperson, hat selbst Kaffeepflanzen in einem Gewächshaus gezogen und nach der Ernte 5 Kilogramm Röstkaffee zum Eigenverbrauch daraus hergestellt. Ja, wir landen in einem Befreiungsteilbestand, Paragraf 20 Absatz 1 Nummer 5 Kaffeesteuergesetz. Ja, quasi selbst hergestellt und dann mit einer kleinen Menge fällt keine Steuer an für den Eigenverbrauch. Wenn das weiterverkaufen würde, wäre es das anderes. Vorteil ist natürlich hier gegenüber der Tabaksteuer. Wir müssen nicht zwei verschiedene Steuerberechnungsvorschriften prüfen und es dann für einen entscheiden, sondern es gibt hier eine einheitliche Definition, wie wir es gerade gesehen haben. Bei B dürfen wir ein bisschen rechnen. Der Fall lautet hier, ein deutscher Kaffeehersteller liefert 100 Kilogramm seiner Wonder-Mischung, die aus 30% Röstkaffee und 70% löstlichen Kaffee besteht, an eine Tankstellenkette, welches daraus Kaffee für ihren Kunden brüht. Ja, das ist ganz normal steuerpflichtig, in den Verkehr gebracht und so weiter, Paragraf 1 Absatz 1 Satz 1 Kaffeesteuergesetz. Und wir haben hier eine Mischung, habe ich extra gewählt, damit man die relativ komplexe Rechnung sieht. Relativ, ja, also Prozentrechnung. Wir landen auf jeden Fall in den Paragrafen 2 Absatz 1 Satz 1 und 2 und rechnen, aha, Anteil Röstkaffee ist 30% mal 100 Kilogramm, Masseanteil halt, ne? Mal 2,90 Euro pro Kilogramm macht 65,70 Euro. Lösslicher Kaffee sind 70% mal 100 Kilogramm mal 4,78 Euro pro Kilogramm macht 334,60 Euro. Er gibt also eine Kaffeesteuer von 65,70 Euro plus 334,60 Euro, macht 400,30 Euro Kaffeesteuer, die hier anfällt, unabhängig von dem Verkaufspreis. Bei Tabaksteuer ist es ja an diesen KVP, an den Kleinstverkaufspreis und die Gesamtsteuerbelastung gebunden. Hier ist das rein an Masse und Massenanteil gebunden. Gut, so viel dazu, was ich euch zeigen wollte. Jetzt seid ihr dran, das selbst auch mal zu versuchen. Wieder einmal bitte ich euch natürlich hier zu pausieren und dann Stift, Papier und was auch immer zu handzunehmen und selbst mal diese sechs Aufgaben sortiert nach zunehmender Schwierigkeit zu beurteilen. Ich springe schon mal zur Lösung und wünsche euch viel Erfolg. Mal schauen, ob wir dasselbe raus haben. Okay, kommen wir zur Lösung. Ich benötige drei Folien. Aufgabe 1. An ein internationales Militärquartier in Bayreuth werden 500 Kilogramm Röstkaffee für die dort stationierten Truppen von einem deutschen Hersteller geliefert. Hier haben wir einen Steuerbefreiungstatbestand, bezeichnungsweise steuerfrei. Ist eigentlich auch nicht sauber formuliert, wenn ich jetzt gerade noch darüber denke. Müsste eigentlich sagen, Steuer wird nicht erhoben, fällt nicht an. Nach § 8 Absatz 1 Nummer 2. 2. Eine deutsche Privatperson bringt von ihrer Flugreise nach Korea 25 Kilogramm löstlichen Kaffee im Wert von 300 Euro zum Eigenverbrauch mit. 3. Eine deutsche Privatperson lässt sich aus Italien 50 Kilogramm Röstkaffee im Wert von 500 Euro zum Eigenverbrauch liefern. Ja, das ist steuerpflichtig, weil es geht zwar an eine Privatperson, aber es wird nicht selbst eingeführt aus einem EU-Land, sondern von jemand anderem. Die Steuerhöhe berechnet sich damit nach § 2 Absatz 1 Satz 1 Kaffee-Steuergesetz mit 50 Kilogramm mal 2,90 Euro pro Kilogramm gleich 109,50 Euro. 4. Ein großer IT-Konzern bezieht 100 Kilogramm löstlichen Kaffee aus Frankreich im Wert von 1.500 Euro für die Verköstigung seiner Angestellten. 5. Eine deutsche Privatperson bringt von ihrer Flugreise nach Bhutan 50 Kilogramm löstlichen Kaffee im Wert von 300 Euro. Von 700 Euro zum Eigenverbrauch mit. Für alle, die es gegoogelt haben, ja, Bhutan gibt es noch nicht sehr lang, aber es ist ein eigenständiges Drittland. So in der Nähe von China-Tibet. Gut, was haben wir jetzt hier also? Wir haben über 430 Euro, ein vorausendes Drittland, greift § 1 Absatz 1 Satz 1, es ist steuerpflichtig. Steuerhöhe finden wir in § 2 Absatz 1 Satz 1. Die Kaffee-Steuer beträgt hier 50 Kilogramm mal 4,78 Euro pro Kilogramm gleich 239 Euro. Und last but not least, sechstens, ein belgischer Pralinenhersteller liefert 200 Kilogramm Pralinen mit 35% Anteil Röstkaffee nach Berlin an eine Bäckereikette zum Weiterverkauf. Ja, hier habt ihr gemerkt, ja gut, der will unbedingt, dass wir nicht nur Kaffee haben, sondern auch kaffeehaltige Erzeugnisse. Und ja, außer Süßwaren ist mir nichts eingefallen, was groß hat und einfach zu berechnen wäre, außer Sachen halt, die wirklich schon Getränke sind. Das ist natürlich steuerpflichtig nach § 1 Absatz 1 Satz 1. Und hier rechnen wir nach § 2 Absatz 2 Nummer 3 Kaffee-Steuergesetz. 200 Kilogramm mal 86 Cent pro Kilogramm, wenn wir in die Tabelle schauen. Das macht 172 Euro. Gut. Damit sind wir am Ende der Vorlesung angelangt, haben jetzt die Tabaksteuer und die Kaffee-Steuer als Verbrauchsteuern hinreichend erschöpft, müssen dann noch mit ein paar anderen Verbrauchsteuern weitermachen. Ich hoffe, es war für euch interessant, lehrreich und gut dargestellt. Ich würde mich natürlich über eine gute Bewertung, Daumen hoch oder einen netten Kommentar freuen. Gerne auch Kritik, Anregung etc. Und ansonsten sage ich, wir hören uns das nächste Mal. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.